Das amerikanische Gesundheitssystem sorgt oft für hitzige Diskussionen. Viele Menschen im ganzen Land sind regelrecht frustriert. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Amerikaner glaubt, dass das System entweder kurz vor dem Zusammenbruch steht oder schlichtweg nicht funktioniert. Vorschläge wie Medicare for All wollen dieses Chaos mit radikalen Änderungen lösen. Einige gehen sogar so weit, private Krankenversicherungen komplett abzuschaffen. Das würde bedeuten, was das fast 149 Millionen Menschen in wenigen Jahren ihre aktuellen Versicherungen verlieren könnten. Kein Wunder, dass diese Idee bei vielen auf Widerstand stößt. Die Leute fragen sich, wo bleibt da die Wahlfreiheit? Ein Gesundheitssystem nach dem Motto entweder so oder gar nicht. Das kommt nicht gut an. Und dann gibt es da Deutschland, das ganz still und heimlich ein System aufgebaut hat, das alle versichert, ohne private Anbieter vom Markt zu fegen. Im Jahr 2017 gab die USA pro Kopf etwa 10.200 Dollar für das Gesundheitswesen aus, während Deutschland mit knapp 6.000 Dollar auskam. Trotzdem ist in Deutschland jeder versichert. In den USA hingegen sind fast 9% der Bevölkerung, also etwa 28 Millionen Menschen, ohne Krankenversicherung. Und das ist noch nicht alles. Viele weitere kommen gerade so mit unzureichenden Versicherungen über die Runden. Wenn man sich die Gesundheitsdaten anschaut, schneidet Deutschland oft besser ab. Vermeidbare Todesfälle? In Deutschland waren es 2013 nur 83 pro 100.000 Einwohner, während es in den USA 112 waren. Die Lebenserwartung in Deutschland liegt im Durchschnitt 2,5 Jahre höher. Und die Kindersterblichkeit? Deutschland liegt mit 3,3 Todesfällen pro 1.000 Geburten deutlich unter den 5,8 der USA. Noch schockierender ist die Müttersterblichkeit. In den USA ist sie mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Und jetzt kommt's. Deutschland schafft all das, während es nur 11,2% seines Bruttoinlandsprodukts für das Gesundheitswesen ausgibt, im Vergleich zu satten 17,1% in den USA. Wie macht Deutschland das? Es ist die perfekte Balance zwischen universeller Abdeckung und Marktwettbewerb. Jeder muss eine Krankenversicherung haben, ohne Ausnahme. Private Versicherungen dürfen niemanden wegen Vorerkrankungen ablehnen oder die Auswahl an Ärzten einschränken. Jeder hat Zugang zu denselben Behandlungsmöglichkeiten und man kann sich den Arzt frei aussuchen, ohne den ständigen Ärger mit Netzwerken oder Einschränkungen. Das deutsche System funktioniert auf zwei Wegen. Der gesetzlichen Krankenversicherung, GKV, und der privaten Krankenversicherung, PKV. Die GKV kümmert sich um Personen, die weniger als etwa 60.000 Dollar im Jahr verdienen oder Selbstständige. Sie wird durch Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert und von gemeinnützigen Krankenkassen verwaltet. Diese Kassen sind stark reguliert und sorgen dafür, dass die Kosten begrenzt bleiben. Sogar Angehörige sind kostenlos mitversichert. Wer mehr verdient oder lieber maßgeschneiderte Optionen möchte, kann sich für die PKV entscheiden. So ist jeder abgesichert, aber niemand wird ausgeschlossen. Viele Deutsche sehen die GKV als Teil der öffentlichen Infrastruktur, obwohl sie von privaten Organisationen betrieben wird, dank der strengen staatlichen Kontrolle. Dieses hybride Modell schafft das Beste aus beiden Welten. Die Effizienz der Privatwirtschaft kombiniert mit der Gerechtigkeit eines öffentlichen Systems. Patienten können direkt zu Spezialisten gehen, ohne sich durch Bürokratie zu kämpfen. Ein riesiger Unterschied zu den USA, wo oft vor Abgenehmigungen und Netzwerkbeschränkungen im Weg stehen. Ein weiterer Grund, warum Deutschland die Kosten niedrig hält, ist seine klare Haltung zu Preisen im Gesundheitswesen. Die Regierung verhandelt direkt mit Anbietern und Pharmafirmen, um Medikamente und Behandlungen erschwinglich zu halten. In den USA hingegen scheinen die Preise völlig außer Kontrolle zu sein. Ein echtes Eldorado für überteuerte Rechnungen. Deutschland setzt auch stark auf Prävention. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und Checks sind ohne große Eigenkosten abgedeckt. Das ermutigt die Menschen, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, bevor aus kleinen Problemen große und teure werden. Dieses vorausschauende Denken hilft, die Zahl der vermeidbaren Todesfälle niedrig zu halten und verbessert die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung. Im Vergleich dazu wirkt das amerikanische System oft wie ein chaotischer Marktplatz, der vor allem Profiteure glücklich macht. Wohlhabende oder Menschen mit erstklassigen Arbeitgeberversicherungen bekommen vielleicht großartige Versorgung. Aber Millionen andere kämpfen mit hohen Selbstbeteiligungen, Zuzahlungen oder gar keiner Versicherung. Viele verzichten deshalb auf notwendige Behandlungen, bis es zu spät ist. Ein Teufelskreis aus schlechter Gesundheit und steigenden Kosten. Das deutsche Modell zeigt, wie universelle Gesundheitsversorgung und private Versicherungen Hand in Hand gehen können. Mit verpflichtender Teilnahme, strenger Regulierung und Fokus auf Bezahlbarkeit hat Deutschland ein System geschaffen, das funktioniert, ohne die Wahlfreiheit der Menschen zu opfern. Perfekt ist es nicht, aber es beweist, dass das Gesundheitssystem kein Alles-oder-nichts-Spiel sein muss. Und für die Amerikaner gibt es dabei sicher eine Menge zu lernen. Vielleicht sogar mit einem Lächeln über die absurden Unterschiede. Das deutsche Gesundheitssystem funktioniert nach einem Modell, das das Wohl der Allgemeinheit in den Mittelpunkt stellt und dabei Profitstreben außen vor lässt. Im Zentrum dieses Systems stehen die sogenannten Krankenkassen, halböffentliche Organisationen, die den Großteil der Krankenversicherung für die Deutschen übernehmen. Diese Kassen halten sich streng an staatliche Vorgaben, die genau regeln, wie hoch die Beiträge sein dürfen, welche medizinischen Leistungen abgedeckt werden und sogar wer als Mitglied aufgenommen werden kann. Obwohl sie in ihrer Verwaltung etwas Freiheit haben, agieren sie mehr wie Werkzeuge der Gesundheitspolitik als unabhängige Unternehmen. Ihr Hauptziel? Ganz einfach, die Menschen gesund halten. Im Gegensatz zu den profitorientierten Versicherungsunternehmen in den USA sind die Krankenkassen in Deutschland nicht darauf ausgelegt, irgendjemanden reich zu machen. Vergiss Dividenden. Hier geht es einzig darum, Gesundheitskosten zu decken und das unter Regeln, bei denen amerikanische Anbieter vermutlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden. Finanziert werden die Kassen durch verpflichtende Gehaltsabgaben, wobei die Arbeitgeber ihren Teil beisteuern. Und für Menschen, die länger arbeitslos sind, springt der Staat ein und übernimmt die Beiträge. Ein Sicherheitsnetz? Das ist eher ein Sicherheitsbollwerk. Obwohl sie gemeinnützig sind, konkurrieren die Krankenkassen um Mitglieder und locken mit zusätzlichen Leistungen und Boni. Wettbewerb war allerdings nicht immer Teil des Systems. Im 19. Jahrhundert, als das Ganze eingeführt wurde, wurde man je nach Beruf oder Region automatisch einer bestimmten Kasse zugewiesen. Ein Fabrikarbeiter landete also in einer anderen Kasse als ein Lehrer. Das hat sich inzwischen geändert. Heute können die Deutschen frei wählen, bei welcher Kasse sie sich versichern und sogar jedes Jahr wechseln. Diese Freiheit hat die Kassu gezwungen, kreativ zu werden und mit Marketingkampagnen, um Mitglieder zu werben. Dieser Wettbewerb hat die Branche ordentlich durcheinandergewirbelt. Früher gab es Tausende von Krankenkassen. Bis 2019 schrumpfte diese Zahl durch Fusionen auf etwa 100. Um attraktiv zu bleiben, bieten manche Kassen sogar Extras an, die fast an treue Programme erinnern. Belohnungen fürs Fitnessstudio oder für einen Gesundheitscheck. Solche Boni gibt es. Aber sind wir ehrlich, es sind meistens nur ein paar hundert Euro im Jahr. Das ist nett, aber für jemanden, der hohe monatliche Beiträge zahlt, eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Die meisten Deutschen, etwa 87 Prozent im Jahr 2017, sind über die gesetzliche Krankenversicherung GKV abgesichert. Die restlichen 11 Prozent entscheiden sich für die private Krankenversicherung, PKV, die ganz anders funktioniert. In der PKV hängen die Beiträge vom Risiko ab, was bedeutet, dass ältere oder gesundheitlich angeschlagene Menschen mehr zahlen. Das klingt logisch, wird aber im Ruhestand oft zur finanziellen Belastung. Der Staat hat deshalb Regeln eingeführt, um zu verhindern, dass die Kosten explodieren. Denn ohne diese Maßnahmen würde das System unter der Last älterer Menschen zusammenbrechen, die ihre Prämien nicht mehr zahlen können. Das größte Problem der PKV? Die Kosten im Alter tragbar zu halten. Natürlich bietet die PKV oft besseren Service und kürzere Wartezeiten, aber mit zunehmendem Alter steigen auch die Beiträge. Ohne strenge Regulierung könnte das den Staat teuer zu stehen kommen, da viele ältere Versicherte sonst auf öffentliche Unterstützung angewiesen wären. Ein weiterer Knackpunkt. Wer einmal von der GKV in die PKV gewechselt ist, kann nicht einfach zurück. Es gibt aber Schlupflöcher. Freelancer in der PKV können sich zum Beispiel einen niedrig bezahlten Job suchen, um unter die Einkommensgrenze von etwa 5000 Euro im Monat zu fallen und wieder in die GKV zu kommen. Ein cleverer Trick, den vor allem Familien nutzen. In der GKV sind Kinder nämlich kostenlos mitversichert, was bei der PKV nicht der Fall ist. Dieses Zusammenspiel von öffentlichem und privatem System bietet zwar Flexibilität, hält das Gesamtsystem aber stabil. Freelancer und Gutverdiener entscheiden sich vielleicht aus Komfortgründen für die PKV, doch wenn es um die Familie geht, hat die GKV oft die Nase vorn. Die kostenlose Mitversicherung von Kindern ist ein starkes Argument. Das deutsche Krankenversicherungssystem ist allerdings alles andere als einheitlich. Bestimmte Gruppen wie Soldaten, Polizisten oder Geflüchtete sind über eigene staatlich finanzierte Programme abgesichert. Diese Flexibilität stellt sicher, dass niemand, egal in welcher Lebenslage, ohne essentielle Gesundheitsversorgung bleibt. Genau diese Anpassungsfähigkeit ist eine der größten Stärken des Systems und macht den Anspruch auf universelle Versorgung realistisch. Über die Jahre haben sich die Krankenkassen an den Wandel der Zeiten angepasst und eine Balance zwischen öffentlicher Verantwortung und Wettbewerb gefunden. Perfekt ist das System nicht. Die steigenden Gesundheitskosten und die alternde Bevölkerung bleiben Herausforderungen. Doch mit verpflichtenden Beiträgen, gemeinnützigen Grundsätzen und genau der richtigen Dosis an Wettbewerb bleibt das deutsche Modell ein Beispiel dafür, wie öffentliches und privates Engagement Hand in Hand arbeiten können, um das Wohl der Gesellschaft zu fördern. Das deutsche Gesundheitssystem ist eine Mischung aus öffentlicher und privater Versorgung, die sicherstellt, dass jeder abgesichert ist, während es gleichzeitig Raum für Zusatzleistungen lässt, falls man etwas mehr möchte. Die gesetzliche Krankenversicherung, GKV, wird durch einkommensabhängige Beiträge finanziert, was sie für die meisten Menschen fair und bezahlbar macht. Sie deckt eine breite Palette von Bedürfnissen ab. Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und sogar größere Zahnbehandlungen. Aber eben nicht alles. Deshalb holen sich viele Deutsche eine private Zusatzversicherung, um Lücken zu schließen, etwa für aufwendige Zahnbehandlungen oder einen schnelleren Zugang zu Fachärzten. Ein großer Vorteil des deutschen Systems ist die Klarheit. Bevor man in die Praxis geht, weiß man meistens schon, wie viel es kosten wird und was die Versicherung übernimmt. Verglichen mit den USA, wo überraschende Rechnungen und abgelehnte Anträge an der Tagesordnung sind, ist das eine echte Wohltat. Außerdem kann man in Deutschland seinen Arzt frei wählen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, ob die Versicherung den Arzt im Netzwerk hat. Diese Freiheit sorgt dafür, dass die Leute dem System vertrauen und generell zufrieden sind. Aber es ist nicht alles perfekt. Die öffentliche Krankenversicherung ist ein Dschungel von über 100 Krankenkassen, jede mit eigenen Geschäftsführern, Büros und Mitarbeitern. Das wirkt wie ein Wettbewerb darum, wer die meisten Bürokratieschichten aufbauen kann. Dieses dezentralisierte System treibt die Kosten in die Höhe und frustriert Menschen, die einfach nur eine funktionierende Gesundheitsversorgung wollen. Ohne sich durch endlose Formulare kämpfen zu müssen. Sowohl Deutsche als auch Amerikaner nennen Bürokratie in Umfragen als eine ihrer größten Sorgen im Gesundheitswesen. Ein weiteres Problem. Die Wartezeiten für nicht dringende Behandlungen. In großen Städten wie Berlin oder München braucht man manchmal Geduld, bevor man einen Facharzttermin bekommt. Es liegt nicht daran, dass Ärzte faul sind. Private Versicherungen zahlen ihnen bis zu dreimal mehr als die gesetzliche. Also ratet mal, welche Patienten sie zuerst sehen. Tatsächlich sagen 37% der Deutschen, dass lange Wartezeiten ein großes Problem sind. Im Vergleich zu nur 22% der Amerikaner. Dieses Zweiklassensystem schafft eine deutliche Ungleichheit. Trotzdem sind die Deutschen mit ihrem Gesundheitssystem meistens zufrieden. Zum Beispiel wartet in Deutschland niemand länger als vier Monate auf eine geplante Operation. Im Gegensatz zu 4% der Amerikaner, die solche langen Verzögerungen erleben. Und nur 7% der Deutschen geben an, dass sie aufgrund von Kosten auf eine Behandlung verzichten mussten. Verglichen mit satten 33% der Amerikaner. Diese Vorhersehbarkeit und Bezahlbarkeit sind Hauptgründe, warum die Deutschen ihrem System treu bleiben. Die GKV ist für die meisten verpflichtend, lässt aber Raum für private Zusatzversicherungen, die ein bisschen Schwung in das System bringen. Diese Mischung sorgt dafür, dass fast jeder abgesichert ist, während gleichzeitig ein wenig Wettbewerb erhalten bleibt. Die Deutschen schätzen auch die Fairness des Systems. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass ihre Versicherung Ansprüche ablehnt oder nicht für den Arzt zahlt, den sie sich ausgesucht haben. Solche Hürden wären für sie schlicht unvorstellbar. Die Idee, dass eine Versicherung sagen könnte, Entschuldigung, Dr. Meyer übernehmen wir nicht, ist für Deutsche völlig absurd. Diese Haltung zeigt, wie tief verankert die Überzeugung in Deutschland ist, dass Gesundheitsversorgung ein Grundrecht ist und kein Luxus. Natürlich ist das System nicht perfekt. Bürokratie und Wartezeiten gehören definitiv auf die Liste der Baustellen. Aber es funktioniert insgesamt ziemlich gut. Viele Experten sehen Deutschland als Vorbild für die USA, wo große Lücken in der Versorgung und extrem hohe Kosten für viele Menschen immer noch Realität sind. Der größte Unterschied zwischen Deutschland und den USA ist nicht nur das System, sondern auch die Denkweise. In Deutschland wird Gesundheitsversorgung als gemeinsame Verantwortung verstanden, als Teil des gesellschaftlichen Zusammenhalts und durch politische Maßnahmen gestützt. In den USA ist dieser Gedanke noch nicht angekommen. Ja, der Affordable Care Act hat die Abdeckung für Millionen erweitert, aber immer noch sind viele Amerikaner nicht oder nur unzureichend versichert und müssen oft zwischen einem Arztbesuch und der Bezahlung ihrer Rechnungen wählen. Deutschland zeigt, dass universelle Versorgung durchaus mit Qualität und Innovation vereinbar ist. Das heißt aber nicht, dass Deutschland keine Lektionen zu lernen hätte. Weniger Bürokratie könnte Ressourcen freimachen und das System effizienter machen. Und die Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Versicherung auszugleichen, könnte für mehr Gerechtigkeit sorgen. An diesen Punkten arbeitet Deutschland noch, aber die Erfahrungen könnten anderen Ländern durchaus als Inspiration dienen. Am Ende zeigt das deutsche Modell vor allem eines. Es ist entscheidend, Gesundheitsversorgung zu einer nationalen Priorität zu machen. Verschiedene Länder haben unterschiedliche Wege eingeschlagen. Kanada mit seinem Single-Payer-System, Großbritannien mit dem NHS, Deutschland mit seinem Mix aus öffentlich und privat. Gemeinsam haben sie, dass sie Gesundheitsversorgung als Grundlage für das Wohl der Gesellschaft ansehen. Für die USA könnte es ein erster Schritt sein, diese Perspektive zu übernehmen und ein System zu schaffen, das wirklich für alle funktioniert, inspiriert von Ländern, die es schon geschafft haben. Danke. Untertitelung.